Welche Bedeutung hat derzeit Nachhaltigkeit für den Krankenhauseinkauf? Das ist eine sehr komplexe Frage, weil alleine schon beim Googlen des Wortes Nachhaltigkeit und Gesundheitswesen treffen wir ja schon mehrere Millionen Einträge. Per se muss man sagen, dass das Thema lange Zeit keine Bedeutung hatte, jetzt aber in den letzten halben Jahren massiv hinzugekommen ist und uns natürlich als Einkäufer und als Bundesfachverband sehr beschäftigt. Was sind diese veränderten Rahmenbedingungen? Das Größte und Bekannteste ist natürlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ja binden wird mit verschiedenen Stufen, je nach Unternehmensgröße, wo wir als Krankenhausverband, ich meine Einstellung im Krankenhausträgerbereich natürlich feststellen muss, je größer die Häuser werden, desto mehr ist es wichtiger nachzufragen, wo kommt die Ware her, wie ist sie produziert worden, welche Wege nimmt es sie. Nachhaltigkeit ist also mehr als nur auf den Preis zu schauen und irgendeinen Siegel drauf zu haben, sondern einfach diese Komplexität dieser gesamten Nachhaltigkeitsbegriffe, die unter anderem ja auch von der EU und von der UN geprägt wurden, mitzunehmen. Sie haben erwähnt, dass es eine neue Hauptrichtung beim Einkauf gibt. Wie sieht diese Hauptrichtung aus? Der Fokus am Krankenhauseinkauf geht tatsache, in den Bereich reinzuschauen, in welchen Siegeln ist es dort, wie nachhaltig produzieren eigentlich Unternehmen ihre Produkte? Können Sie uns diese Nachhaltigkeit oder diese geäußerten Nachhaltigkeiten belegen? Gibt es dafür Zertifikate, die nicht nur eben regional oder für einen Industriebereich gültig sind, sondern die deutschlandweit, europaweit gültig sind, gerade aufgrund dieser großen globalen Lieferketten? Prägend für uns sind zum Beispiel auch die verschiedenen Anbieter dort. Der Gesetzgeber tut sich schwer, ein Einzertifikat zu definieren. Wir müssen also als Einkäufer mittlerweile tief einsteigen und zu schauen, welche Zertifikate sind für uns verpflichtend. Hat das Implantatzertifikat die gleiche Gürtigkeit wie das Zertifikat für die Wäsche der Mitarbeiter? Das sind halt die neuen Herausforderungen, mit denen wir uns im Krankenhauseinkauf beschäftigen, wie uns im Bundesverband der Einkäufer natürlich auch beschäftigen und ich glaube, ein zukunftsrechtliches Thema sein wird.